Hochbauen. Ach, das müssen wir auch gar nicht. Schön. Ach, guck an. Hö, hö. Hier kommt einfach das hin. Aber trotzdem muss das alles weg. Ach ja, dann auf ein neues hochbauen. Und bloß nicht runterfallen. Sonst kriegen wir hier Probleme, so. Dann weg, 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 weg. Ein Stückchen nur. So, dann können wir hier überall schon mal wieder Clean Stone hinsetzen. Komme ich da jetzt nicht ran? Na, also geht doch. So. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Und hier. Und dann hier, weil da rein kommt, ähm kommen Stone Bricks. So. Dann können wir hier wieder ein paar runter und hier weiter alles raushauen. So, und dann Oh Mann. Komme ich dann da noch? Ach, egal. So, dann hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Zack, zack, zack. hier, 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 hier. Gut, da kommen dann Stormbricks hin. Und tschüss, stand eh nur auf einem Block. Ein Block ist doch eh nix wert. So. Aber ich will trotzdem... Ach, nö. Es geht uns ein Erdblock verloren. Nein. Der arme Erdblock. So, aber ich möchte uns erstmal... So, dann hole ich mir jetzt erstmal die Stonebricks, dann kann ich die erste Wand schon mal fertig schlagen. Also, fertig machen. Und welche nachgelegt? Ja. Schön. Und erstmal 64 Stück. Zurück. Zack. So. Gut. So langsam nimmt das Haus ja schon so Grundrisse an. Finde ich jedenfalls so. Leichte Grundrisse kann man ja schon mal... Also kann man jedenfalls schon sehen. Was ich persönlich sehr gut finde. Müssen wir ja bei ihm nochmal alles wegreißen. Also, papapa, hier. Der Erdblock. Nee, nee. Kollege, so nicht. So hatten wir nicht gewettet. Da muss ich ja auch noch als Decke, oder? Nee. Nur als Decke können wir Holz nehmen, oder? So Holz als Decke finde ich auch hübsch. So eine Dielen, dann können dann so eine Holzdielen, könnten das sein. Joa. Machen wir einfach dann Holzdielen. Vielleicht haben wir noch Holzdielen mit. Ja, wir haben noch ein paar Holzdielen mit. So. Okay. Dann. So, 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 so. So, so. Bis hier. Na, ja. Bis dahin. Und dann können wir ja jetzt schon mal trotzdem die Dielen hier reinsetzen. So. So, so. Ja, dann passt das auch. Dann können wir nämlich so Regale reinbauen. Und dann, ja, ja, ja. Das, das hört sich gut an. Das hört sich dann gut an. So, wir haben noch für zwölf frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich will ja jetzt hier nur die restlichen Holzblöcke wegkloppen. Mehr ist das hier nicht. Einfach alles weghauen hier so. Da, 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 da. Da. Na, macht sich doch mit den Dingern hier, also mit den Steinchen da zum Kontrast. Sieht doch recht hübsch aus. Und dann brechen wir hier nochmal alles raus. Du, 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 du. So. Ah, dunkel. Nein. Aber ich mag doch gar keine Dunkelheit. Ach, toll. Ich weiß aber gar nicht, ob ihr was sehen könnt. Ich hoffe, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Als eben noch. Und dann lassen wir den hier mal schnell verschwinden. Hä, äh, ähm. Den hat's da nie gegeben. Das war alles Fantasie. So. So. Na? Also für ein Lager macht sich das doch. So. Dann hauen wir hier die alle noch weg. Zack, zack. So. Du und 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 du gehörst an deinen Platz. So. Also ich find's hübsch. Muss ich ja mal so sagen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Verdammt. Uns fehlt nur ein Block bis zur unteren Reihe. Warum? Warum ein Block? Warum? Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. So, wir brauchen aber trotzdem erstmal Holz. Äh, ja. Ich will aber auch nur ein Stack. Ich will jetzt hier nicht das ganze Holz verschwenden. Ähm. Und zwar haben wir hier zwei, eins, zwei. Das passt perfekt, schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von der Höhe haben wir fünf. Mach ich in die Kiste hin, eins frei. Hier eine Kiste hin, eins frei. Aber ganz oben geht keine Kiste hin. Aber frei. Kiste frei. Kiste frei. Hm. Würde ja eigentlich dann wiederum klappen. Aber ob das dann noch aussieht, ich weiß nicht. Machen wir uns erstmal zwei Kisten. Das ist zwei, eins, zwei. Nee. Das sind keine Kisten, das sind Crafting Table. Ähm, ja. Oh, es ist schon Nacht. Wir haben die Zeit vergessen, Freunde. Das ist schlecht. Wir haben die ganze Zeit vergessen. War doch kein Vollmond da gewesen. Hier. Dunkelmond, Neumond, Halbmond, Keinmond, Weckmond, was auch immer. Verschwindibus Mond, ich hab keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir nichts. Reicht doch auch. So, hier passiert auch immer noch nichts. Also für die Pilze muss ich noch was anderes überlegen. So. Ich sehe aber nur das Skelett brennen. Ist nur das Skelett gespawnt. Ne, das ist nur ein zweites. Verbrennt und kommt bitte nicht wieder. Ich will euch nicht. Noch nicht. Obwohl die IP mir bald sehr nützlich sein werden. Aber erst bald. Jetzt noch nicht. Ich bin ja noch nicht safety. Also werden wir noch keine Nächte durchspielen. Oh man, jetzt hätte ich... Ach ja, jetzt hätte ich mir wenigstens schon mal was Dings hier... Ach, weißt du was? Ich hab jetzt keinen Bock ständig immer hochzulaufen. Ist ja eh ein Lager. Dann können wir uns auch... Oh. Oh, G-Mans. Dann können wir uns auch gleich hier zwei Kisten basteln. Also ist doch hier... Fertig. Bei uns so eine hübsche Werkbank hier. Und so. So, also wie machen wir das? Wir können... Frei, Kiste, frei, Kiste oder... Kiste, frei, Kiste, frei, Kiste geht nicht. Also machen wir frei, Kiste... Oh. Ja, wir brauchen doch nochmal zwei Stück. Das Prinzip der Large, Large Chest sollte man nicht verwechseln. So. Huch, so. Und das hat doch schon was. Das ist doch schon so, ja, so ganz ordentlich nicht. Aber ist schon hübsch, ne? Gut, mal gucken bis... Ja, bis hier sind wir vollständig. Dann können wir hier erstmal die Decke rauskloppen. Tschüss, Decke. Und nächste Spitzhacke kommt. Da, 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 da. Also... So über Kopf arbeiten, das kann ich ja gar nicht leiden. Also das finde ich gerade echt ätzend. Ja, so ständig über dem Kopf stehen zu müssen. Das ist, als ob ich durch Putzilber machen würde und dabei eine Spitzhacke in der Hand habe und hier alles abklopfen müsste. Ah, schrecklich. Also wer davon ein Freund ist, den kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht leiden, über Kopf zu bauen. Na gut, es sei denn, ich muss mich irgendwo nach oben graben. Das ist klar. Aber ansonsten so... Freiwillig, wenn ich irgendwie hier in Minen arbeiten musste... Ganze lassen. Nee, brauche ich nicht. Da, 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 da. Ich komme nicht weiter. Aber jetzt stört es aber hier gewaltig. Die Kiste, jetzt stört es. Geh weg. Geh weg. So. Da und da und da und da. Oh. Ach, weißt du was? So, fertig. Jetzt haben wir hier Nukholz. Ich quäle mich doch jetzt hier keine Jahre ab, um irgend so ein Holz zu besorgen. Ist Schluss hier. Schluss mit lustig, so. Und die Fackeln will ich aber hier dran bringen. Hm. Wie mache ich das denn hier? So, Holzstab, zwei frei, Holzstab. Würde aber passen. Hier zwei frei, dann Holz. Zwei frei, Holz. Na, wir setzen erst mal hier dann wieder Holz hin. Zwei frei, dann muss die kleine Fackel leider weg. Das war so lange hier hin. Und dann haben wir hier wieder Holz. Hm. Joa, unter Umständen. Kann man unter Umständen ja mal so anbieten. Aber wohin mit diesen Fackeln? Die Schilder möchte ich ja gerne hier rechts haben. Dann können wir eigentlich die Fackeln einfach dazwischen setzen. Dann sitzt einfach hier oben eine hin. Hier kommt ein Schild, dann kommt eine Fackel hin und hier eine Fackel hin. Jo. Okay. Also Fackel, Schild, Fackel, Schild, Fackel. Und hier lassen wir frei, weil hier kommen dann die nächsten Kisten hin. Dann können die weg. Hm, joa. Aber lasse ich den Boden aus Clean Stone eigentlich nicht... Das sieht mir auch so ein bisschen... Hm, hm, aus. Das soll ja so ein bisschen kellermäßig aussehen. Und wenn ich hier den Clean Stone am Boden hab... Probieren wir mal Cobblestone reinzusetzen. Probieren wir's einfach. Setzen wir hier einfach mal Cobblestone rein. Dann sehen wir ja, wie's sieht. Wie's aussieht. So. Hier, 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 hier und hier. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze mit Cobblestone aussieht. Ist schlicht, aber warum nicht mal was Schlichtes in was Neues einbauen? Haha. So. Hm, naja. Sieht eigentlich schon so aus wie ein Fußboden, oder? Sieht schon aus wie ein hübscher Fußboden, find ich. Also, ja. Ein dunkles Schaf. Ah. So. Okay. Machen wir einfach. Komm. Nehmen wir Cobblestone als Boden. Der ist, der ist absolut in Ordnung. Und dann hat sich diese Frage auch... Was nehme ich als Boden? Cobblestone reicht alle Male, so. Wir müssen uns eh erst jetzt erstmal hier wieder durchackern. So. Geh du weg, geh du weg. Du, du, du. Du, du, du. Diese Schäfchen wandern auch immer weiter, oder? Boah, ist das laut bei mir, Alter. Aber ich weiß ganz genau, und daher auf YouTube ist das gar nicht so laut, wie bei mir auf dem Kopf hier war gerade. Haha. Also. Ich hab immer das Gefühl, dass dieses Schäfchen gleich hier reinläuft, irgendwie. Haha. Schnell Abkürzung durch den Berg. Oder eher gesagt durch mein zukünftiges Zuhause. Aber gut. Ach ja, genau. Hier war ja noch was. Ähm. Ich bleib dabei. Ich baue das dicht, aber ihr erinnert mich daran, dass das existiert. Weil ich werd's 100 pro vergessen. Aber wie gesagt, ihr sagt mir einfach Bescheid. Ey, Kollege, guck mal, da ist... Ey, du, da ist ein Hülle. Unterlager deines. Du musst gucken. Und dann weiß ich Bescheid. Okay? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Komme ich da ran? Nö. Doch. Haha. Einfach. Zack, zack, zack. So. So, 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 so. Der und der und... Huch. Keine Cobblestones mehr. Ist auch selten. Hm. Äh, hm. Jetzt, wo wir irgendwie alles mit Cobblestones haben, sieht das ein bisschen... Hm, aus. Irgendwie nicht so, oder? Egal. So, das nehmen wir unsere Cobblestone-Kiste hier. Hm. Ach, egal. Wird sich schon irgendwann irgendwie eh wieder einfädeln, also. So. Wollen wir das hier erstmal aus? Hier muss ja auch noch alles weg. Und zwar auch hier. Und ich bin noch dafür, dass wir erst diesen Teil des Lagers wegbauen, weil irgendwie bringt das, glaube ich, doch ein Stück mehr. Wir müssen zuerst hier ausbauen und dann dort hinten. So, und schon wieder keine Spitzhack, aber wir haben einen Nachschub. Wir haben uns ja gleich einen ganzen Vorrat gebastelt, den wir auch können.